So, da sind wir wieder. Spielen wir wieder bei der Trackmania. Ich hoste mal. Meine Kollegen kommen grad rein. Genau. Sind drin. Sind drin. So, ich schnau mal. Ich spiel in Bay. Genau, fahren wir Bay. Jetzt hier natürlich wieder Qualifying, Warm-Up, Bay fahren wir. Nein, ja, nee, nee, nee. Klar, Bay Blue. Aber was fahren wir? Rennen, oder? Also diese... Ja, Cup. Cup halt wieder. Okay. Also muss ich wieder auf die Spasteln da warten. Also bei mir ist die Grafik halt nicht ganz so geil, da ist irgendwie das... Mein Computer ist zu neu für mich. Nein, du bist so cool. Ich seh schon die erste Fliege über 2 Meter hingefallen. Ja, bin schon dagegen. Leicht schief beflogen, das war's. Das wird nicht wieder scheiße. Welche HIN? Ah, ich bin da ungefähr richtig geflogen. Boah, hab dich da... Ich war richtig. Die ersten 100 kmh, du musst dir mal Beschleunigung von denen geben, ne? Weißt du ja auch. Boah, wo ist das denn wohl eigentlich mal gewusst? Ey, langsam mal nach. Ich hab gesehen, du bist zugeflogen und dachte mir schon, so kann's nicht richtig sein. Spass. Ist doch ne ewig lange Strecke. Ja. Ich seh's. Das werd ich verlieren. Das passiert schon. Wo muss man denn da hin? Ja, wo muss man da jetzt hin? Das wär schön, wenn das geht. Hä? Hä? Wo seid ihr denn da hingefahren? Wo bist du? Bist du noch vor mir? Was wirst du denn? Ich seh'n Seppi. Ich weiß nicht, wo man hin muss. Ach, hier lang. Jetzt ja. Nein, du weißt nicht. Das ist doch beschrieben. Wieso bin ich dann Erster? Ähm, dann fahre ich auch einmal hin. Äh, wieso komm ich da nicht hoch? Entschuldigung, du? Fährst jetzt zum ersten Mal hier lang, oder? Ja. Wo hast du's gewusst, dass's dann lang geht? Weil da Pfeile sind überall, ja? Ja, ich hab gemeint, da fliegt man irgendwie da hoch und sonst irgendwas. Schmarrn da. Schmarrn. Schmarrnig. Voll der Scheißdreck. So ein Gschmarrn da. Krampfadergeschmarrn. Bäh. Ist gut, dann... Hau mal jetzt rein. So, dann geht's los mit der Renn. Ich muss sagen, ich bin sehr wenig geübt jetzt in letzter Zeit mit dem Weg. Also... Seppi ist jetzt natürlich wieder ein Paragra. Ich bin gar nichts geübt. Oh mein Gott. Gar nichts geübt, ey. Voll krass, Alter. Geht's weg, ich seh nix. Ich vermiss dich, Alter. Geht's da lang? Na da. Du guck, ey. Du Pfeile guck, ey. Scheiße! Ja. Scheiße! Wohl Scheiße passiert, wa? Wo ist das Checkpoint? Ist das ne Frechreise? Jo. Das ist Checkpoint. Das ist Checkpoint. Ding. Mach ich's neben mir, oder? Ja, freilich. Freilich, catch dich jetzt weg, ey. So macht das Spaß zu fahren, wenn hier neben einer ist. Schau mal. Huuuuh! Aul halt. Lotz ist da. Depp. Nein! Scheiße. Da haben wir drüber. Depp. Nein, wieso fällt man da rein, ey? Ja, wieso habt ihr das ohne Fehler zusammengebracht? Ich nicht. Bin grad schon zweimal runter. Nein. Groß lernen halt. Pferde. Oh Mann, ey! Machst du mal vielleicht fertig? Mann! Toni wieder. Ja, was soll diese scheiß Klampe da drin? Sauergeil. Das ist ein Scheiß. Toni, letzter Sprung. Bum! Wahnsinn, er gibt eine Laterne. Weil, dann geht der Boden weg und dann ist eine kleine Laterne in der Mitte. Oh, ist die kleine schwarze So. Ja! Mh, mh, mh. 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 Das ist jetzt ne Todi jetzt zurückgeflogen. Ja, weiß wie so ein 100 Punkt. Ach so, sie als Heimer rein. So ein 100 Punkt. Wuaah! Schil für dich. Ich bin trotzdem... zweiter, letzter. So aufgewe. Ich gewinne trotzdem. Jetzt bin ich auch in dem ständen Händel. Oh Scheiß. Da fahrt er nie in der Mitte hin. Ja, das ist mir auch grad eingefallen. Das ist ja gemein. Wo ich dann wieder spawnen muss? Da. Wieso schafft man das nicht? Erster. Letzter. Jetzt... Wieso schafft man das denn nicht? Ne ernsthaft, wenn du hier spawnst, dann schaffst du es nicht. Doch, doch, doch. Ne, es geht nicht. Du fährst ja ganz woanders. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist richtig dafür, dass der Domi vorher hier ist, weil der Spasti war. Ja, als Fall. Ne, das war jetzt echt unfair. Da kannst du nicht drüber. Meine erste Runde war unfair mit dem Stempen da. Ja, Pech. Meine war unfair. Ich bin zweimal hängen geblieben. Jetzt holt's halt rum, hey. Halt's mal. 10, 10, 6. Wieso brauchst du das eigentlich immer so lang zum Laden bei mir? Oder auch beim Toni? Bei mir erklärt sich's ein bisschen von selbst. Ja ne, der, der nicht host ist, da ist man immer so ewig dann in dem Punkt im Menü. Macht auch irgendwo Sinn. Macht keinen Sinn. Wo geht's lang? Ja, da lang. Hä? Da geht's nach rechts? Das hab ich grad gar nicht gesehen. Seppi geh weg, ich seh nichts. Weiß mich schon. Ist der erst gefahren, oder was? Nö. Die Strecke wird rollig. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Leh?! Wo kommt man da beim Geh mitte raus? Ich muss ganz nach rechts rüber. Bastelscheiss! Ich bin aufgeflitscht wie so'n Stein. Das ist voll unfair, diese Physik... Wie lang geht's noch? Da geht's lang! Da geht's locker! Okay, bin dran! Ich habe schon ungefähr 54 Sekunden gebraucht. Ja, jetzt... Toni, jetzt sind wir nicht mehr lang! Rechtsrum... Vorsicht, hier wird's eng, dann. Ach, da muss man raus. So, jetzt musst du rechts! 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 Meine Fresse! Halswolle. Rechts! Rechts, rechts, rechts! Aber das Ende ist gemein. Mhm. Aber zum Glück kann man da noch mit dem Flitscher auftatschen. Ja, ja. So. In etwa. Flitscher. Flitschi-Flatschi. Also merken, hier geht's nach rechts dann. Nach links hörst du? Rechts. Jetzt gleich am Start nach rechts. Wupp. Flatsch. Ach so. Das war zu weit. Jetzt passt du auf. Volle Konstellation, es geht nicht jetzt um alles. Oder nichts. Juckpoint! Oh, das war bestimmt ja. Ja, total. Hier muss man schön schnell hochfahren, sonst taucht das nichts. Ja, dann verkacken. Ficken! Wieso beschleunigst du mich schneller? Ich will Nitro! Nitro! So wie ich. Mann! Jetzt schafft er's nicht. Loll! Ach nein, ich titsche auf dem Wasser auf. Ich depp. Mongodommy. Wie immer, in jeder Folge einmal Mongodommy. Jetzt sind wir doch Toni und er schafft's nicht mehr. Diesmal hat er's geschafft. Hast du das Spotball so weit hinten, wenn er's nicht schafft? Ja. Das ist bitter. Ja, du brauchst ja genug Speed, um da drüber zu kommen. Toni hat aufgegeben. Warum Toni? Warum hat er aufgegeben? Halt's Maul! Halt's Maul! Hahaha. Däruh, du bist ein ganz schöner Wixter. Ja, aber du, ja, ja. Ich! Ich hab nix hin gemacht! Ja. Doch. Voll im Ongo. Ja. Gut, er ist doch. Das heißt noch gar nichts. So, wieder volle Konzentration. Der war gut. Ich glaub ich hab die gleiche Zeit wie vorher. Ah, hier ist noch ein Turbo. Wo ist das gerade? Hab ich auch gerade gehört. Ich hab's gehört, aber ich hab nix gesehen. Ich hab nix gesehen, ne? Wieso fliegt man da immer wieder raus? Voll krass wie man da rutscht in der Kurve. Ich hab's grad noch so gekratzt. Ich hab's grad noch so gekratzt. Ich hab's grad noch so die Kurve gekratzt. Ich hab's gehört, ja. Tsssssss. Rechts, rechts! Ich bin erster. Ich glaub das ist mein Sieg. Jetzt nicht ins Wasser fallen. Geht's denn da lang? Ach man. Rechts und dann grad aus. Ach du bist... Jetzt ist er einmal ins Ziel. Domi, grad aus. Weiß das mal. Ich weiß, wo's da hingehen. Sicher? Cool ich bin vorne. Was bist du? Vorne im 2. Ja. 26 zu 24 zu 12. Jetzt schauen wir mal. Das läuft nicht auf mir sitzen, ne? Das versteh ich auch nicht, ne? Das versteh ich auch nicht, ne? Wie im Letcher ist schon fast fertig und wie ich... Ich guck hier noch da drinnen rum. Ich guck hier noch da drinnen rum. Sollll mich jetzt weiter stehen. So jetzt verobacht beim Start... Schön geradeaus fallen. Was wärst du denn da zamm? Ach du was meint. Das ist mir schade, dass du gleich wieder von mir aus gehst. Ja! Ich hab mir was grünes gesehen, hab mir gedacht. Ja! Wow, 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 wow! Nein! Wieso fliegt da so rüber? Puh, ich... scheiß das halt, wenn du bei Mama versemmelst, dann weißt du nicht wie die Strecke entnimmt. Ja. Naja, aber immer noch besser beim Braum-Up als beim... Jaja... Wow, wo geht's denn da lang? Heilige... Scheiße... Uehh... Wow! Ich hasse diese Dinger, ey. Ich glaub, der hat es. Also bei dem Punkt, da mit dem Turbo, muss man echt grad auswählen. Ich bin jetzt erst im... Ich bin jetzt erst im... Ich bin jetzt erst im Grönle, ey. Nein, ich flieg drüber! Ich bin jetzt auch gerade. Ich flieg über's Ziel, ey. Wo seid ihr denn? Über das Ziel, ey. Ich bin direkt hinter dir. Komm, komm. Ich drehe erst mal. Uaahhh... Ich bin aus der falschen Richtung durchs Ziel, du ich. Ah, okay. Ja, das ist kacke, ey. Leck mich! Wunzig! Ich hasse das unter Wasser. Ich find, irgendwie da, wo es so hoch geht, und runter, dann in den Tunnel rein, das ist echt brutal. Das geht. Ich find das schon hart. Da ist mir verdammt hoch... Da fällt mir verdammt hoch. Geht's jetzt los? Jetzt geht's los, ja. Da! Schön Backspace, du. Schön nach rechts, du. Schön Hupe drüber. Stimmt, ja. Du, 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 du. Hast du die Hupe drüber? Hast du ne allgemeine Hupe genommen, oder was? Entschuldigung. Wahrscheinlich nicht. Aaaaah! Hu, hu 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 hu. Wieso fliegt der so schief? Ja, da langt schon Millimeter und schon bis zu... Ja. Oh, jetzt komm schon! Doch scheiße! Äh, das habe ich gewonnen! Moin! Mach' denn der Ton wieder. So, ich bin erster. Oh, maaaannn! Ahaha, Tommy ist am Ziel vorbei! Was? Egal. Ne, er ist sehr verrückt. Aber man kann hier umschalten mit eins und zwei. Hä? Ach so geht das. Ja, Zeit war zu Ende. War ich wohl zu schnell für euch? Ein Scheißdreck, noch war ich dringend. Ja, hast du eigentlich Musik an, oder nicht bei dir? Schade. Weil zu diesem Flow der Musik kommt und dann ist richtig geil tanzen, meine Damen und Herren. Hey, gib doch was. Jetzt bin ich hin. Irgendwann hat mein... Irgendwann hat mein... Irgendwann hat mein... Irgendwann hat mein A nicht mehr. Ich darf nicht zu drücken. Du darfst dabei trinken, also. Ich hab... Nein, 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 nein. Ich hab aber nicht mehr zu drücken. Ich hab vielleicht bei eins gedrückt, oder so. So komisch. Du Buse. Oh, ja. Perfekt. Du bist Erster, oder? Ja. Sechster. Ich hab' dich nicht... Ich hab' dich nicht... Ich hab' dich nicht... Rumpfe tief von da am Klumsen. Bist du vorbei? Ja. Äh, erster... Jetzt komm' schon! Das ist so ein Scheißdreck! Ja! Yeah! Weißt du, ich bin noch relativ gerade geflogen. Raaah! Ne, der ist nicht. Der wird letzter. Holzfällergruß, direkt mal hier raushauen. So. Spaß bei Senny. Tja, wie war das nochmal bei den ersten Strecken? Ich bin so geil! Was hab ich? Wo sind wir jetzt? Du bist richtig abgegangen, jetzt bist du scheiße. Tja. Scheiße! Ist es die zweite oder dritte Strecke? Die dritte, gell? Die vierte Dwarf. Wobei oben trotzdem C4 steht. Ne, es ist die vierte. Ne, es ist die dritte. Kann's gar nicht sein. Doch. Sonst hätte ich kaum 46 Punkte. Man kann nur 40 erreichen. Zwei Rennen. Ja, 20. Kommt da noch eins zu ziehen? Ja, eben. Ja, jetzt hallo, sag ich doch! Was hallo? Hallo? Du könntest theoretisch 60 Punkte haben. Geben. Kann ich auch nicht. Also haben wir... Es ist das vierte. Nein, es ist die dritte. Nein, sonst könnte ich ja noch keine 46 haben. Achso, meinst du das? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir sehen, es ist jetzt die vierte. Oh, komm mal. Ah! Ah! Die wird wieder sind. Da bist du hängen geblieben, ne? Ja. Diese Hacke... Boah, ist das gemein hier. Ich blop zum Augen. Mach zu. Oh, oh, da geht's wahrscheinlich wieder lang. Ne. Weil du bist so schnell bist. Boah! Ja, auch! Echt? Irgendwas. Oh nein. Ja, da! Wo du hängen geblieben bist! Irgendwas? Boah! Achso, mich hat so umgedreht. Diese Laterne da. Diese komische... Dieses L-Licht, was am Boden... Die Strecke geht eigentlich, finde ich. Ja. Geht so. Wohre nach rechts und dann bist du... Na rechts ist das Ziel. Aber ich seh das Ziel. Tja, wenn das es im Rennen gewesen wäre... Tja... Ich raus! Raus! Ich finde den Staat lustig, wo es so eingekastelt ist, wie Tunnel-mäßig. Was, wie? So ein selbstgebauter Tunnel, am Anfang, am Start. Der Staat ist, glaube ich, raus drin. Oder irgendwas ist es. Da? Über was, ja. Ich weiß aber nicht was. Geht los. Geht los, ja, ich weiß. Das sind vielleicht nur... Ich glaub, das sind nur Wände. Naaah. Komm, mir hat Scheiße gebaut. Ich durchfache. Das Bachnetz ist was du auch nicht. Ich bin auch durchgefahren. Ich hänge. Ich bin immer da voll an die Wand hinplatscht. Wenn man da rauf fliegt. Ich dachte, das kommt ein Tauch. Ah. Eeeey, diese Lenkung, Mann! Was ist das denn? Toni ist voll ausgetickt. Wenn er voll gegen die Kurve gefahren ist. Irgendwann ich fliege vollkant raus, weil er nicht lenkt und wenn man langsam fährt... Extrem Lenkung. Kannst nichts machen. Selbst 3 mal an. 1.90 Grad drücken. Safe. 1.90 Grad drücken. Hilf wie immer in diesen Kurven, finde ich es jetzt. 1.90 Grad drücken. Oh, 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 das ist eng. Das heißt, hier ist ein bisschen enges Schwaber, ne? Das ist alles so. Das ist nix eng. Da entzieht eine Sim-Stelle, ey! Ja, das war ja Absicht, das soll ich nicht mehr schicken. Ja, ja, trotzdem. Allen Anstrengung nach gewinne ich. Bis wieviel Punkte geht's? 60. Ja, geil. Oh, cool, im nächsten Rund hab ich gewonnen. Da sind wir gar nicht alle Strecken gefahren, haha. Mal gucken. Achso, wenn ich jetzt nicht ankomme. Ziel, gell? Ich bin aber erster geworden. Erster wirst du sicher. Scheiße. HÄÄÄÄÄÄÄÄ? Das ist der Scheiße, das kann eigentlich verlobend werden. Da ist ja ein Loch drin. Ey, das ist unfair. Jetzt hab ich gedacht, fliege gleich nach rechts und dann ist da ein Loch drin. Das war doch auch schon gut. Ja, weil er dieses Wissen sieht. Das sieht man doch. Ich bin da so weit drüber gefahren, dass ich es nicht gesehen habe. Scheiße. Mann. Ihr seid ja auch erst da, was habt ihr? Ja, ich kann doch machen, was ich will. Was? Ich mag weh. Ich hör schon. Scheiße. Ja. Das sagst du immer nur dann, wenn du gewinnst. Gelogen. Ja, vielleicht die Strecke auf einmal fertig fahren. Das wär bitter. Ich werd jetzt erster. Ne. Erster, wir müssen mehr erster werden. Scheiße! Scheiße! Eigentlich. Ach, der Seppi ist noch nicht im Ziel. Achso! Ich war nah dran, weißt? Ich dachte, der wär schon längst im Ziel. Nein, ich war nah dran, da bin ich links in das Gebäude eingerauscht. Wir sind sowieso zu Ende. Tatsächlich. Wow. Finalist. 28 Punkt. Ich glaub, das sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn's wieder heißt... Trackmaner ist nächstes Mal im Stadium. Bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.